Servus Nachtstark-Fans! Hinter mir findet gerade der Soundcheck für die geilste Wiesenparty 2017 statt. Nachtstark auf dem Münchner Oktoberfest vom 25.09. bis 3. Oktober live im Winzerer Fahndel, Paulanerzell. Noch sitze ich hier ganz alleine, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Und jetzt schauen wir mal kurz rüber, was die Jungs so machen. Bis zum nächsten Mal.